In diesem Video geht es um die besten Elektro-Kettensägen. Der Qualitätssieger in unserem Elektro-Kettensägetest geht an die Oregon CS1500. Die Oregon CS1500 2400 Watt Elektro-Kettensäge ist eine leistungsstärke Kettensäge mit Kabelanschluss, die mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet ist, die das Leben leichter machen. Die 2400 Watt Schnur-Kettensäge verfügt über eine werkzeuglose Kettenspannung, ein eingebautes Power-Sharp-Kettenschärfsystem zum sekundenschnellen Schärfen der Säge bei der Arbeit und eine integrierte Kettenbremse. Das Kettenspannsystem der CS1500 benötigt kein Werkzeug und verfügt über eine praktische automatische Kettenschmierung und einen transparenten Ölbehälter. Diese elektrische Kettensäge ist speziell so leise wie möglich und ergonomisch gestaltet, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Sie zeichnet sich durch hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Rückschlag und einfach zu bedienen in der Funktionalität aus. Mit dem eingebauten Power-Sharp-Sharpening-System gibt es keine Ausfallzeiten aufgrund einer stumpfen Kette mehr. Ziehen Sie einfach den Hebel drei bis fünf Sekunden lang, und die Kette funktioniert wie neu. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Delta Fox Elektro Kettensäge. Die Kettensäge, mit bis zu 40 cm Schnittlänge, verfügt über einen Autostock, der durch einen Zweihandschutzschalter die Kette sofort anhält. Dadurch bremst die Kette in unter 0,1 Sekunden. In der besonders leichten und handlichen Säge ist ein Ölstandfenster integriert. Der Öltankdeckel ist unverlierbar fixiert. 180 ml umweltfreundliches Bio-Kettenöl sind bereits enthalten. Die hochwertige Anti-Vibrations-Kette sorgt für Kräfteschonendes Arbeiten sowie für eine sichere und hohe Schnittleistung. Dank Softstart läuft die Sägekette sanft und ruckfrei an und verhindert somit einen ungewollten Rückschlag. Die Kettenmontage und Kettenspannung erfolgt einfach, schnell und werkzeuglos. Der eingebaute Kettenfangbolzen fängt im Falle eines Kettendefekts das schlagende Kettenende ab und sorgt so für hohe Sicherheit. Durch die integrierte Kabel zur Kenntlastung schonen Sie den Kabelanschluss und sorgen dafür, dass sich das Kabel nicht ständig vom Stecker löst. Das robuste Metallgetriebe sorgt für lange Lebensdauer. Der besonders geformte Fellgriff ermöglicht komfortables senkrechtes als auch waagrechtes Sägen. Außerdem lässt sich die Säge beim Kettenwechsel oder Kettenspannen darauf sicher abstellen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Elektro-Kettensägetest ist die Einhell GHEC 1835. Die Elektro-Kettensäge GHEC 1835 ist ein handliches und leistungsstarkes Gerät, das sich beim Sägen von Brennholz, beim Auslichten und beim Fällen kleinerer Bäume als zuverlässiger Helfer erweist. Qualitätsschwert und Kette von Oregon sorgen für optimale Schnittleistung. Die Kette lässt sich werkzeuglos spannen und wechseln. Das hochwertige, robuste Metallgetriebe sorgt für gute Kraftübertragung und hohe Lebensdauer. Die GHEC 1835 ist mit einem Rückschlagschutz mit mechanischer Sofortkettenbremse ausgestattet, der bei Hochschlagen der Säge für sofortigen Stillstand der Kette sorgt. Der Ölstand im Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank großem Schauglas bequem kontrollieren. Die große Öleinfüllöffnung mit Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches Nachfüllen des Öls. Ein Kettenfangbolzen sorgt für Sicherheit, falls die Kette einmal abspringt. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für sichere Führung und dient beim Sägen liegender Stämme als Drehpunkt. Das Zuleitungskabel ist durch eine Kabelzukentlastung geschützt. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.